Hi Leute, was geht? Willkommen zum neuen Livestream Class & Run Update bekommen. Kann ich dir sagen. Egal. Oh mein Gott. Benjamin Dumm, bin neuer Abo. Ah, nice. Hi. Willkommen auf dem Kanal. Mal kurz, ich muss aus der Partie noch mal kurz raus und wieder rein. Sparschettnutzung fehlgeschlagen. Nein, nein, nein. Nervig. Na? Wir treten. So, nice. Alter Benjamin, das wird so nice. Neues Update hier am Start. Wir kaufen uns alles. Das Auto sah auch schon mal nice auf den Bildern von Rockstars. Mal kurz. Mal kurz, ich hab's da drauf. Du leckst. Okay. Spiezt auf der PS4, äh ja, spiel's. Mal auf der PS3, weißt der. Es ist dann logisch, aber auch PS4, das sieht man doch. So ist los. Sonne, schon. Ja, alle seid so gewesen. ich weiß auch nicht machen so man möchte es benjamin kann es ja mitspielen soll angeblich neue heiß vision geben soll ich dir mal was sagen ja kannst du so als ob das haben wir uns erst mal einen hangar kaufen ich weiß schon was alles gibt da klar dem man weiß was alles gibt es überhaupt nicht mehr kalt man weiß dass nicht alles was im trailer geht zu sehen war geht zum beispiel der bombe mit dem mg oben drauf den gibt es nicht er wird vielleicht hier von design wählen ich bin ninja nuke ok wörter ich hatte schon freundes ist immer das hat das design das war unbekannte nachzweckfehler aus dem motor sitzung gekickt auch diese nervigkeit wird der internet schmiedt wegen den wählern er wegen dem links aus kraft muss ja sie gar wissige bei mir steht einfach gerade die sitzung wird installiert kann aber auch ein server fehler sein war gerade so viele leute online sind dass dein internet das faktor soll es nicht dann sich streams mit mir in der party wissen dass es gerade geht ja aus eskaliert kommen da schauen ok macht das mach das mach das mach das mach das oder zock gerade ach so ok jetzt jetzt gibt es das flugzeug auch nur mission oder was wenn du es durch kostenlos kommt sich fast aus ein richtung alles nicht im modernen und bereich auch modern und die werkstatt packen wir auch 636.000 gekauft so leute bleiben wir uns jetzt noch direkt bei warstok mal umkommen kauf uns direkt mal die flugzeuge der leute guck dich einfach diese preise an alter wie schnell man hier geht denn er verliert 5 millionen dann gehen wir noch schnell zu elitas das kaufen das auch der ultra leid und den kleinen helikopter ganz schön teuer für ein kleines ding ach so leute wir haben als auto im start und zwar nämlich der hier sieht ja mal ultra nice aus der sieht ja mal so ultra nice fliegen wir jetzt mal unser waschen leute zwei zuschauen Alter, das ist geil Am meisten freue ich mich schon auf die Tuna Die sieht so geil aus Leute, ich hatte gerade 40 Millionen Ich habe jetzt glaube ich gerade für den Bunker und nur für Flugzeuge 25 Millionen ausgegeben Das ist die Militärbasis Vielleicht kriegen wir hier keine Sterne dann bei der London Ok, die Flugzeuge sind schon mal angekommen Oh, zum Anger gehört die uneingeschränkte Ah, nice Unbeschränkter Zugang Nice Oder wir kriegen einfach keine Sterne, aber hier auf der Militärbasis sind Nice Und das ist jetzt hier wo unser Bunker Nice Ah, wir können auch direkt in den Hangar fahren Nice Ist ja mal ultra geil Oh, nice Gönn dir einfach Okay, das ist jetzt hier unser Bunker Nice Da liegen zwei Leichen Also liegen da Zwei Leichen Er sitzt da einfach so Denk er bemerkt, dass ich ihn nicht bemerkt hab Liquidize Liquidize Hup 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 So ein Eder Ja Ja Wieстанов Nice Shut Hup 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 Ich hoffe, sie sind Regierungsagenten. Ich bin verletzt. Wir sind verletzt. Wo ist die Mechanik? Oh, das ist nur der Grund. Ich lasse sie in. Ich lasse sie in. Ich lasse sie in. Wer ist das? Hey, Boss! Hey, Boss! Hey, Boss! Ist das, was ich bekomme? Du bekommst ein Sandwich, ich werde getötet. Diese zwei Leute kamen, um mich zu töten. Hm, nice. Ja, John, ich komme gleich, aber irgendwie geht es gerade nicht. Air Force. Nice. Sieht so aus wie wir einen neuen Vermoten bekommen würden. Oh, okay. Okay, also wir müssen den H&M machen. Wir müssen den H&M machen. Wenn uns weiter umgebracht oder wir in halb von 48 Stunden. Okay. Shit. Was für eine... Leitung? Ja, wo hast du? Äh... Weiß ich gerade nicht mehr. Ah, nice. Das ist unser Raum. Okay. Da geht's hoch. Ich bin sehr ernst. Junge. Ich bezahle dafür Geld. Ich habe für den Bunker fast 5,6 Millionen bezahlt. Noch mehr? Und krieg dann so ein Dreckszimmer. Junge. Das ist echt nicht schwer. Ja. Also das ist echt noch ein... Frag vorig. Also das ist echt noch ein... Frag vorig. Du magst Charlie. Er ist lustig. Aber er ist gut. Er kann wirklich Flugzeugen fliegen. Das ist nicht was ich meine. Ich meine, er kann Flugzeugen fliegen besser machen. Du musst ihn ausprobieren. Seine Arbeit ist großartig. Gib mir eine Hand mit diesen Körpern. Oh, ich hätte besser sie auf den See. Aha. Sag mal schleichen. 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 Ich bin so glatt, dass du hier bist. Der beste Freund ich hatte. Und ich meine das. Oh mein Gott. Wollen wir dann Missionen machen? Müsst du uns machen? Ja. Aber am meisten werde ich erstmal die Flugzeuge testen wollen. Okay, wir können jetzt hier die Flugzeuge benutzen. Oh, das werde ich zuallererst benutzen. Nice. Okay, mal sehen. Was kann dieses Flugzeug? Aha. Okay. Wie sieht das Ding denn von innen aus? Du könnt viele Leute fahren. Du könnt viele Leute fahren. Ich bin jetzt. Okay. Ich bin jetzt. Gut. Gut. Ich bin jetzt. Das ist schon ganz okay, das ist so gut. Okay, gehen wir mal zurück zum Hangar. Junge, wie sieht das Ding denn von vorne aus? Junge. Oh da, das ist Lutz, ich habe mich die ganze Zeit gefreut habe. Da Leute, da ist es. Nice. Das habe ich mich die ganze Zeit gefreut. Mal sehen. Oha, nice, das ist auf jeden Fall schon mal ein Jet. Was sieht das eigentlich von unten aus? Ja, echt nice. Ich bin gerade immer noch am überlegen, wieso das für jetzt kommt. Explosive Munition hat es auch nicht. Hm. Okay. Ich bin gerade mal auf und tue. Ich flieg erst mal zum Hangar zurück. Ich flieg erst mal zum Hangar zurück. Der schmackert ziemlich schnell aus. Ich schau mal nach der… Neue heißt… Ich schau mal nach den… Nach der neuen, heißt… Mission. Ja, warte Guck mal, das klappt sich da unten auch viel aus Richten wir das erst mal an Okay, nice Das ist hier irgendwie noch nicht so ganz berestend Ich dachte schon am Anfang hat man schon so viele Sachen Wollen wir mal sehen Lade mal Party ein Ich lade dich mal schnell ein So Wo kann man denn hier seine Sachen einrichten? So, hab die Einladung geschickt Wo kann man jetzt einrichten? Stimmt da oben Ah Ja, mach Mal sehen So, hat sich eingeladen So, machen wir erstmal schon mal direkt in die erste Mission Überwachungskamera-Ansicht wechseln Nice Ah, okay So, hier haben wir ja jetzt noch ein kleines Manilager Aber gucken wir erstmal an unserem Tisch nach der ersten Mission Trenn einmal in der öffentlichen Sitzung bei, um den Computer zu benutzen Na toll, da muss ich eine öffentlichen Sitzung beitreten Auch schnell einen Spawnspunkt noch auf den Bunker stellen Und ich habe einen Spanns-Gerchen 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 Johnny, ich lasse dich einfach schnell an. So, jetzt bauen wir wieder im Hangar. Aber weißt du, ich habe jetzt einfach gerade allein nur für die Flugzeuge und für den Hangar 25 Millionen bezahlt. Ganz schön teuer, oder? Aber ich habe ja gerade das eine Flugzeug getestet, dieses Tuner. Und ich hoffe, dass das auch nachher noch ein bisschen mehr Sachen kann, wenn man das verbessern kann. Weil ich habe jetzt dafür 5,7 Millionen ungefähr bezahlt. Und das hat mich jetzt noch nicht wirklich ganz überzeugt. Weil bis jetzt habe ich halt nur ein Geschütz gar... Also, oder dieses andere Flugzeug, was halt so ist wie ein Jet, weißt du? Das ist dann halt so, ähm... Nur ganz normal halt beim Fliegen so einrichten. Ich gehe nochmal schnell in den Hangar rein und suche mir mal kurz ein Flugzeug aus. Ich bin mal überlegen, was ich für ein Flugzeug nehmen soll. Soll ich dieses Channel schneller Flugzeug nehmen? So, wir nehmen jetzt einfach mal das. Jo, nehmen wir das. Mal sehen, wie das ist. Ja, und wir haben jetzt die Party gerade ausgeflogen. Mal sehen, das ist ganz komisch. Hello? L... Auf L3 aktivieren. Oha! Oha, wie geil ist das denn? Junge! Ach du Scheiße! Junge! Wie heftig! Also du musst dich so vorstellen, du kennst auch den Rocket Voltic! Okay. Ah, so he was shot directly. Okay. I'm on the clock. What do you want? Some wheels? Wieso? Mal sehen. Das heißt, wieso? Das muss man jetzt da beschaffen. Ach, das ist da oben. Mal gut. Okay. So, mal sehen. Das neue Fahrzeug ist jetzt schon da am Start. Mal sehen, wie das so ist. Okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich nice aus. Ey, das könnte McLaren sein. Nice. Oh, geile Felgen. Mal sehen. Das mal auf. Das ist nicht viel. Das sieht schon mal ziemlich heftig aus. und ich habe sich auch relativ gut das bisschen am x 18 aber fertig leicht wie ein hybrid es ist aber sogar ein hybrid oder so weiß ich nicht dass ich mir mal angucken ich frage mich schon wenn man die Flugzeuge umtunen kann aber diese werde ich rausgeworfen wollen mich verarschen ich bin gerade dabei was zu machen oh Junge sie haben mich gestorben schon okay so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fliegeranzug Fliegeranzug Felix 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 Ja, was dann? Oh, alter Genau, deswegen wollte ich gerade nicht in die Party und woanders wieder mal rein Alter, ja, ist das nervig Das ist nervig Ich glaube es stimmt Untertitelung des ZDF